Da sind wir auch schon wieder bei Train Fever. Mal gucken, ich hab lange nicht mehr gespielt. Ach halt mal, wir hatten hier wieder Doppel-Mega-Arsches gemacht. Sehr schön, sehr schön. So, was hatte ich denn Schönes vor? Das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Ah, Bottrop wird gut geliefert, das ist doch schön. Ja, das sieht gut aus, sieht gut aus. 19 Passagiere, wow. Nicht so viel, ne? Ähm, wir gucken mal eben hier, das verdient, ich hab 21 Millionen, das läuft. Das läuft, das läuft. Okay. Okay, und hier hab ich jetzt U9 Busse. Diese hübschen, schönen Busse. Diese Art finde ich so geil. Ein Croix-la-Deville-Fahrzeug. Hat er keine Lust mehr zu fahren? Haben die keine Lust mehr weiter zu fahren? Jetzt ist alles frei. Ah, tut sich was. Ah, ein typischer Liebsterbieger. Und der nächste. Ah, okay, jetzt, jetzt, jetzt wird es auch noch wieder. Nicht. Stau. Alter. Ist alles Atom-Busse. Alle am leuchten. Okay. Es ist gleich ein bisschen die Wetterie. So geht's. Okay. Finden wir wenigstens auch im Dunkeln wieder. So, das war Bottrop. Genau. Dafür, ach ja genau, ich weiß nicht, was ich machen wollte. Und zwar, für Dornhahn wollte ich ein paar Waren hinbringen. Hierfür ist ja schon... Ist das schon gemacht? Ne, das muss ich auch selber machen. Jetzt hätte ich wunderbar gleich an... was anschließen können. Hm. Mach das am Schlausten. Ich werde hier erstmal... eine mittlere Landstraße ausmachen. Zack, zack. Wie, nicht genügend Platz. Ist auch genügend Platz. Ist halt anders. Nein, so ist es echt nicht gerade. So nach unten und dann da rein. Ja, so, so, so schön. Und diese kommt hier einfach... Irgendwie dran. So. So. Irgendwie dran. Da, 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 da... Da passt gerade so auch noch hin. so und zwar dann kommt hierhin so ungefährlich ganz klein das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen auch ein bisschen übertrieben egal ist für zwei so und hier dornhahn lasse ich den holz liefern mit einem zug so 240 länge erreicht dann muss hier noch ein kleiner abladebahnhof hin falsch wie war das noch mal genau so wie nein nein hier und zwar auch so ein bisschen größer hier so wie es nicht ganz so schäbig aussieht kann ich einfach noch ein bisschen wald hin vielleicht ein bisschen dichter an dem wald so sieht mir ganz so schäbig aus hier auch ist einfach so nix jetzt müssen wir hier ein bisschen rauslaufen so das sieht ganz so doof aus abzleich abzleich moment soll ich durch den wald fahren abzleich so einen kleinen wald zu müssen so lässt sich Hier hinten weiter und zwar einen Bahnsteig. Führe dorthin. Führe dorthin. Kann man das hier so direkt dran machen? So, ne? Zack. So, wie würde es aussehen, wenn man die einfach verbindet? Einen Riesentunnel gibt es auf jeden Fall schon mal. Ja, es gäbe einen Riesentunnel. Kann ich noch irgendwo hier oben drüber machen? Ne, ne? Ne, hier könnte ich da kurzzeitigen Tunnel machen. Aber ich glaube von den Höhenlinien ist das hier ein Berg und hier auch. Also muss ich da trotzdem mehr Tunnel durch. Na gut. Denn kann ich davon leider zwar nicht viel sehen, aber es hätte doch was. Pumf. Pumf. So. Hier hinten dran. Huch. Kommt sowas. Kommt sowas. Ähm. Damit es noch etwas schöner aussieht. Wo haben wir denn da? Die Steine. Die großen Steine? Ja. Aber eine Felslandschaft. Oh. Ach, der kann man auch hinten. Das ist ja cool. Ja. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir das noch mit ein bis zwei kleinen Büschen verschönern können. Und zwar die kleinen Büsche... Wie kann ich die nochmal ändern? Ich bin dabei. Alte Bäume. Du warst hier. Aber da komm ich. Du warst hier. Oh, das ist eh. Ja. Oh, der war vielleicht nicht groß. Los. Lassen wir einfach mal so. Ich denke quasi in so einer kleinen Felsschlucht. Hat was. Äh. Haben wir jetzt wirklich mal so Busse drin? Ne. Hier sind Trams drin. Das ist eh. Doof. Hier sind Busse. Aber die müssen dann soweit fahren. Obwohl. Ist eigentlich auch egal. Das ist 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 egal. Äh. Eine neue Linie. Eine neue Linie. Und zwar nenne ich es die... Holz. Was weiß ich? Und was war das andere hier hinten? Das weiß ich ja nicht mehr. Dornhahn. Dornhahn. Da ist die. Holz. Jetzt einfach nur breisig. Obwohl es Bad breisig heißt. Das ist sehr breis. Ich weiß. Und zwar von dort... ...na dort. Ich weiß. Von da einfach nur breisig. Obwohl es Bad breisig heißt. Äh, eigentlich ungekehrt, ne? Muss mir eigentlich zu egal sein. Also halt von dort nach dort. Äh, okay. Ich merke gerade, ich habe einen ganz, ganz kleinen Fehler gemacht. Ich fresse nochmal alles ab. So, das war jetzt sehr erfolgreich. Lass einfach nur den Felsschloch stehen, so. Ah, nee, ey. Ich dachte, das hier wäre das, äh, das Zeug, äh, wo die Waren rauskommen. Das habe ich gerade überhaupt nicht gemerkt. Das hat man vielleicht gar nicht gemerkt, aber ich wollte es nur mal sagen, ne? Solche, ja. Ah, okay, jetzt wird er dazu. Also nochmal die Linie stimmt jetzt hier von eins nach zwei. Ja, ja, die Linie stimmt jetzt. Aber da muss ich quasi... Hier hat er dem Soll erreicht. Da muss ich quasi diesmal... Wie geht denn? Wie geht denn? Kollision? Wie geht denn? Wie geht denn? Wie geht denn? Wie geht denn? Bei der Überwertung, jo? Wie geht denn? Na, doch schon. Wie geht denn? Wie geht denn? Wie geht denn? Wo ist die hier? Brückenfall der Kollision. Habe ich keine? Was? Oh, so ist auch schön. Brückenfall der Kollision. Jetzt habe ich keine Brückenfall der Kollision. Von der anderen Seite. Das ist merkwürdig, okay? Nehmen wir genauso hin. Ach man, das ist... Ist circa das volles LP-Gelänge. Ich weiß. So, oder? Nein, da weiß ich doch. Dann lieber so. Ups. Oh. Ist das einfach nicht aufhört? Okay. Dieses Mal. Dann baust du jetzt so. Ja. So. Ich will jetzt Felsen nahen. Ich mach auch ein bisschen schön. Ich will das jetzt ein bisschen schön haben hier. Wie sieht das cool aus? Wir sind im Bergbau. Lass uns was zwischen. Aber nicht viel. Guten Bäumchen. Einen großen Baum. Danke. Einen großen Baum. Super. So. Ne. Hat definitiv was. Aus wie zum Bergbau. Das ist der Bergbau von Bad Preisig. Triple B. Bergbau Bad Preisig. Ich brauche ein paar LKWs. Wo habe ich denn jetzt? Ach, hier unten ist das Ding ganz. Ich brauche keine Kohle, sondern holz. Und zwar. Vier Stück erstmal. Für den Weg sollte erst noch reichen. Zum Gnil zuweisen. Holz. Dornhahn Preisig. So, der soll den da mal rausfahren. Tun sie das. Und hier seht ihr das. Das ist doch sehr schön. Dart ist sehr schön, sehr schön. Oxford hat Waren, ne? Ja, hier werden die irgendwie angeliefert. Genau da. 39, 4 warten, 21. Also alles perfekt. Gut, gut. So, ähm. Brauchen wir hier Entzucht. Welchen nehmen wir uns denn mal? Ich glaube, die ist ganz gut. Die Bauerei. Äh, und. Güterame. 1, 2. Wie lang ist die Strecke? Da ist schon ein bisschen was. Gucken wir mal an den dritten. So. Ich habe noch gar keine Lidie gemacht. Fällt mir gerade noch einen. Dann mache ich mal schnell eine. Eine neue Linie. Waren, Dorn, Pan. Und zwar solltet ihr dann von hier bis nach Gott gehen. Hierzuweisen, ähm, Waren, D, 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 Dornhand. Dann brauche ich hier noch irgendwelche Waren, die angesiedelt werden können. Also würde ich auch mal gleich mit dem. Ja, so schön. Ja, ja, ist wunderschön. So. Ähm. Wie setzt ich denn hier die Waren hin? Wo ist denn hier die Waren allgemein? Land Nutzung. Äh, das fliegt alles hier vorne. Und hier ist auch noch ein bisschen. Hm, dann mache ich das so. Zack. Und klatscht hier quasi die Waren hin. So, hier ist ein kleines. So, eine andere Linie. Äh, das waren die Warenbadbreise. Warenbad Reisie. Und zwar von hier bitte einmal nach dort. Sehr schön. So, hier waren die Busse. Oder LKWs in dem Fall. Güter. Zwei stehen sollten weichen, Fragezeichen. Wie weit ist das? Ist nicht weit weg. Ne? Zwei Schildzeug, drei. Linien zuweisen zu den... So, sehe ich mir. Waren... 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 So. Dann fahren die quasi jetzt auch in Ruhe los. Und dann sollte das theoretisch ja klappen mit den Waren. Da hinten sind sie schon. Da hat natürlich noch nichts mit Gepäck, das ist klar. Die Waren werden dort hingebracht, das ist schon mal gut. Das sind die LKWs. Dort cruisen sie lang. Mit 36 kmh. Das ist halt noch die kleine Landstraße, die kann halt nicht so groß sein, in dem Falle. Aber hier können sie dann immer schneller cruisen. Yeah! Ist alles angenommen. Sehr schön. Alles klar, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich vom Bergwerk Bratpreising, Bratpreising, Bratpreising und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss! Oh yeah! Oh yeah! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020